Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ich habe Werner Altnickel noch mal bei mir, Greenpeace ehemaliger oder grüner eigentlich vom ursprünglichen Sinne her. Und wir wollten ein bisschen über Geoengineering, nennt man das jetzt, Chemtrails und so weiter, die Wettermanipulationen reden. Da war jetzt gerade bei der EU in Brüssel eine Anhörung über Geoengineering. Kannst du da ein bisschen erzählen, was da gelaufen ist? Genau, also im Rahmen von Skyguards, die haben das also zusammengeführt, hat also eine Veranstaltung in der EU stattgefunden. Und zwar hatte da, also es ging über die Theorien des Wetterwandels hinaus, die Zivilgesellschaft gegen das Geoengineering war der Titel. Und es wurde also am ersten Abend wurde dann der Film von Michael Murphy, der auch zugegen war, gezeigt. Jetzt sagen wir das mal hier, Why in the World Are They Spraying? Genau, das ist ja der zweite Film, der gelaufen ist, der erste hieß ja What in the World Are You Spraying? Wo eben der gesamte Kreislauf, Hauptschwerpunkt Chemtrails eben dargestellt wurde, also die schönen Sachen, mit denen wir hier beglückt werden, die uns auf den Kopf fallen. Also nachdem er einleitende Worte gesprochen hatte und der Film dann gelaufen war, konnten dann noch ein paar Fragen gestellt werden und damit war dann der erste Abend erstmal erledigt. Und am nächsten Tag hatten wir anderthalb Stunden Zeit, da unsere Thematik vorzubringen. Verknüpft wurde das mit der Veranstaltung, also mit den Leuten, die damals die Veranstaltung schon 1998, 1999 gemacht hatten bei der EU über HAARP, wo es ja auch ein langes Papier zugibt. Da ging es aber nicht nur um HAARP, sondern da ging es um den gesamten militärischen Kreislauf, wo HAARP aber richtig gut behandelt wurde und wo unter anderem die EU auch aussagte, dass das Thema viel zu wenig in der Bevölkerung bekannt wäre, dass HAARP eine Klimawaffe wäre und auch mental wirkt und und und. Also es wurde alles sehr schön dargestellt so. Was nicht passierte war, dass man diese Resolution in irgendeiner Form in Anwendung gebracht hat, um Druck auf Amerika auszuüben. Also da ist einfach die EU abgetaucht. Und in den Medien hört man eigentlich auch relativ wenig davon. Da hört man auch ganz, ganz wenig davon, dass es das überhaupt gibt oder gegeben hat, aber man kann es immerhin nachlesen. Gut, das haben wir verknüpft jetzt damit, mit unserer Thematik halt, also wir haben es gar nicht Chemtrails genannt, weil das ja so ein Reizwort ist, sondern gleich Oberbegriff Geoengineering, dass das zu verhindern wäre. Und dadurch war eben der Film ein ganz guter Einstieg. Ja, das Gute ist, wir haben also ja jemanden gefunden, der das auch promotet hat, also der überhaupt das möglich gemacht hat, dass es dazu gekommen ist. Und da hat also die lettische EU-Abgeordnete Tatjana Zadarkona, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Aussprechen, Das ist, die ist von der Partei für Menschenrechte im Verein Lettland, die sehr aktiv ist, eine ganz linke auch, die war sogar in einer kommunistischen Partei damals, vor ihrer Zeit jetzt in der EU da. Die hat es eben möglich gemacht, dass eingeladen wurde. Des Weiteren war dann der Mann auch noch da, der hat auch beim Sektempfang noch ein paar Worte gesprochen. Ich habe übrigens alles auf meiner Seite, man kann in Englisch schon die komplette Konferenz nicht angucken. In Deutschland haben wir erst nur den Empfang synchronisiert. Und ja, der sprach dann auch noch ein paar Worte und sagte gleich, wie er damals den Film über 9-11 vorgestellt hat. Den hatte er damals, also 800 Parlamentarier hat er eingeladen und 600 Presseleute, also richtig großes Aufgebot. Sieben Parlamentarier kamen, Presse null, sagte er gleich, ja ist kein Wunder, diese Themen sind gefährlich für die Parlamentarier. Und scheinbar auch für die Presse, das heißt, wenn man nicht kommt, braucht man nicht gefragt werden, kann man auch nicht berichten. Also so funktioniert das Totschweigen am besten. Wie war das jetzt da? Kamen da Parlamentarier und Tesse? Da war es ähnlich, also es kamen ein paar Parlamentarier. Also auf dem Podium saß ja auch eben die Italianer drauf. Dann saß noch ein Deutscher von den Grünen da mit drauf. Und das wurde ja auch, wie soll man sagen, gesponsert, zumindest Fähnchen mit Grünen und so weiter waren da mit drauf. Und also auch Teile der... Lass mich das nochmal zeigen hier vielleicht. Auch Teile der Liberalen haben da wohl mitgemacht, der freien Liberalen. Und von daher hat es immerhin so einen teiloffiziellen Charakter, das Ganze. Ja, gut, da geht es schon so. Da lasst uns vielleicht gerade nochmal auf die Bilder zu sprechen kommen, weil es ist natürlich... Ich kenne ja die Diskussion, es gibt... Da scheiden sich die Geister, die einen sagen, ist klar, man sieht das jeden Tag. Die anderen sagen, das ist doch Quatsch, das ist einfach der Flugverkehr, hat zugenommen. Lässt sich das eigentlich noch... Das lässt sich ja eigentlich nicht halten. Aber was sagst du Leuten, die das immer noch nicht wollen und die immer noch denken, ja, das ist einfach Flugverkehr? Ich meine, ich verstehe die Leute ja, dass sie diese Ungeheuerlichkeiten nicht an sich ranlassen wollen. Deswegen viele sagen ja auch, hör mir auf damit, ich will das gar nicht wissen, weil sie ahnen, das könnte stimmen. Es gibt ja inzwischen genug Beispiele. Ich meine, ob man jetzt hier den FBI-Chef, den ehemaligen FBI-Chef Gunderson von Los Angeles da sieht, der das ganz offen gesagt hat. Die sollen diese Death-Dumps, also diese Todesversenkung von diesen Stoffen sein lassen, der sogar sagt, wo die Flugzeuge starten, die er selber gesehen hat und, und, und. Es gibt eine ganze Menge andere Leute, die da was zugesagt haben mit Rang und Namen. Es gibt Studien darüber, wo das beschrieben ist. Es gibt Patente dazu, wo das genau beschrieben ist, wie die Düsen zu gestalten sind, wie die Zusammensetzung, Barium-Mischung zu gestalten sind und, und, und. Will ich jetzt nicht in der Breite darauf eingehen. Wir haben es dann neulich, als wir von Alsfeld zurückkamen, glaube ich, oder wo waren wir auf irgendeinem Vortragskongress, oder, ist auch egal, da kamen wir durch Frankfurt und der ganze Himmel war eben sehr, man konnte es sehr schön unterscheiden, dass es ganz normale Verkehrsflieger gab mit einem kurzen Kondensstreifen, der sich natürlich auflöst, weil es eben Kondenswasser ist, und gleichzeitig aber sehr, sehr lange, lange Streifen, und zwar massig. Also wir konnten uns eigentlich gar nicht satt sehen, weil das, vielleicht können wir ein paar Videoaufnahmen da noch reinschneiden. Also ich denke, das Überzeugendste ist, ich sage mal, für den Laien, der jetzt kein Messequipment oder sonst was hat, ist es einfach so, die Flugzeuge fliegen ja nur mal jeden Tag, die haben ja keine Pause. Also außer, wir haben 9-11 oder solche Sachen, oder diese komische Bauaufgabe, Vulkanasche, was in Wirklichkeit eine NATO-Übung war. Dann haben wir mal Ruhe am Himmel, sonst fliegen die, so jeden Tag. Wie kann es angehen, dass mal drei Tage blauer Himmel ist und keine Streifen zu sehen, bei gleichen Wetterbedingungen wurden gemerkt. Also gleiche Luftfeuchtigkeit, gleiche Kälte da oben, fertig. Das ist gar nicht erklärbar. Also das muss jedem schon eindeutigen, das gibt es einfach nicht. Zumal man es manchmal gleichzeitig sieht, also eben den Verkehrsflieger mit dem kurzen Streifen oder gar keinen, und dann kommen auf einmal die langen Streifen, die so über den Himmel gehen. Und in der Regel nach drei, dreieinhalb Tagen haben wir den ganzen Himmel voll. Und wie gesagt, bei gleichen klimatischen Bedingungen, das geht physikalisch nicht. Das ist die einfachste Schose. Wie bewertest du denn diesen Winter sozusagen? Wir sind jetzt Anfang Mai im Grunde und es ist immer noch eigentlich ungemütlich, es wird langsam wärmer. Aber das war ja auch kein normaler Winter und auch kein Frühling. Also das ist mindestens ungewöhnlich, wenn nicht schon alles um den Kopf stehend. Also wir haben hier in Norddeutschland, haben wir ja regelmäßig im März, April haben wir alles abgesoffen gehabt. Also es regnete, regnete ohne Ende. Ohne Regenstern war fast nichts machbar. Der Grundwasserstand ist absolut abgesackt, das wissen viele Leute. Klar, die Leute freuen sich, wenn immer schönes Wetter ist, bloß ich meine ohne Wasser wächst nun mal nichts und ist keine Nahrung da und so weiter. Und am Ende würde das Hunger entstehen. Gut, wir sind hier noch relativ gut dran, aber wir haben ja Gegenden auf der Welt, wo das schon so aussieht. Da ist wirklich... Knochen trocken, auch in Amerika teilweise. Genau. Aber auch wir werden Probleme kriegen, weil im Grunde müsste jetzt... Wird jetzt wahrscheinlich angefangen zu säen, aber es hätte schon sehr viel früher sein müssen. Es hätte sehr viel mehr Regen da sein müssen. Also es war monatelang im Grunde bedeckt, aber kein Regen. Richtig. Und auch jetzt hat es ein bisschen genieselt, aber es war ja auch nicht wirklich richtig Regen. Es ist absolut atypisch, also nicht nur die Trockenheit, sondern auch die zunehmenden Wirbelstürme in Europa. Das gab es früher nicht. Wir hatten ja sogar hier schon Erdbeben in Hamburg mal vor zwei Jahren, glaube ich. Das sind ja Dinge, da fragt man sich, darüber ist natürlich jetzt kein Nachweis zu führen, wo kommt es genau her. Bloß jetzt über die Beeinflussung durch HAB, also über die Höhenwinde, die ja daraus resultieren, dass man die Ionosphäre dann quasi beeinflusst und ändert. Darüber kann man schon Sachen nachvollziehen. Also über Radarbilder und so weiter, da gibt es auch eine Menge im Internet, wo man sehen kann, aha, da wird auch nämlich rumgemorpst. Und inzwischen ist es auch bekannt und in Auslandszeitungen steht sowas ja auch drin, also India Delhi oder hier die Chinesen schreiben, die Russen schreiben auch, dass es das gibt. Es gibt diese Studien, diese Endbound-Konventionen haben wir schon ein paar Mal erwähnt, 1977, da steht schon drin, dass man Vulkane öffnen kann, Erdbeben erzeugen, Zunamis erzeugen, austrocknen, Fluten auslösen kann. Dann steht alles drin, 77 Uhr in der Endbound-Konvention zur Verhinderung dieser Dinge, wo aber Beistand, also dass nur großflächige, lang anhaltende Sachen verboten sind. Ja, ich meine, eine Weltmacht hält sich nicht dran, so einfach ist es. Und auch andere Länder spielen damit rum und es ist auch bekannt, dass zum Beispiel in China ein Kanton schon gegen den anderen da am Wettern ist, weil der eine holt den Regen runter, der nächste kriegt nichts mehr. Neulich war auch hier, ich glaube im portugiesischen oder im spanischen Fernsehen so ein Beitrag, wo das eine Land dem anderen dann schon wieder durch Abregnen wieder die Trockenheit beschert hat, weil dann alles bei ihnen runterkam und da nicht. Also das sind richtige Konfliktpotenziale, die teilweise vielleicht sogar in Kriegen eskalieren könnten. Und das Erstaunliche ist, dass 2004 habe ich mal so einen Beitrag aufgenommen von zwei Wissenschaftlern im Auftrag des Pentagons, die untersuchten, was wird denn demnächst so sein, ernährungsmäßig. Und dann sagten die ja, also Amerika wird demnächst also keine nennenswerten Mengen an Nahrungsmitteln mehr exportieren können, ließen sich aber nicht näher darüber aus, was und wie, brachten es auch in Zusammenhang mit Klima zwar. In Europa wird man eine Art Limes bauen müssen, sagten die da ganz stumpf, wegen der anstürmenden Völkermassen, wenn die nichts mehr zu essen haben so ungefähr. Und sagten dann zum Abschluss, und das fand ich also am tragischsten, und eigentlich hätten nur Amerika, Europa und eventuell Japan noch eine Chance. Ich meine, das heißt ja dann zu deutsch, wenn man die anderen nicht erwähnt hat, die keine Chance. Die Frage ist für mich, was wussten die 2004 schon, was wir heute haben an Zuständen. Man kann Wetter auf drei, vier Tage nicht voraussagen, aber man will also auf Jahre dann klimatische Sachen voraussagen, ist ja irgendwo ein schlechter Witz. Jetzt nochmal zurück vielleicht zu der EU-Geschichte. Es wurde da, ich hoffe der Film kommt jetzt in Bälde auch raus, also die Schweizer haben ja einen Film gedreht, wo ich da auch ein bisschen mitgewirbt habe. Da wurde jetzt ein Teil der Ergebnisse dann auch präsentiert, da bei der Pressekonferenz von diesem Film. Also jetzt nur kundgegeben, also folgendes. Unabhängigen Forschern gelang es im Rahmen eines Dokumentarfilmes im September 2011 an einem perfekten Tag voller Streifen, einen Messflug durchzuführen. In einer Höhe von 8000 Metern konnte eine erste Luftprobe entnommen werden. Leider musste das Unternehmen und so weiter. Also auf jeden Fall wurde dann gesagt, wir haben da eben Ergebnisse von da oben auch, wo also Barium zum Beispiel und Aluminium nichts zu suchen hat. Und da kann man natürlich dann mit anderen Analysen, die ja auch existieren über jetzt Regenwasserproben und 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 mal laut fragen, wieso messt ihr denn nicht auf bestimmte Stoffe? Eigentlich müssen das ja keine Bürgerinitiativen finanzieren, auch keine Filmelleute, sondern dafür haben wir unsere Steuern abgeliefert. Eigentlich muss ja ein Interesse der Politiker oder der Politik sein, um so Sachen zu klären. Ja, gut, also jetzt bei dieser Konferenz, was sehr, sehr gut war auf jeden Fall, bei dem Treffen, man hat sehr gute Kontakte jetzt knüpfen können. Direkt, man ist wesentlich besser beim Abendmahl mit einem direkt zu sprechen, als über E-Mail. Da haben sich auch schon ein paar Sachen herauskristallisiert, die da demnächst angegangen werden. Will ich jetzt da noch nicht groß erzählen, aber das war sehr wertvoll auf jeden Fall. Und auch, dass es überhaupt da stattgefunden hat. Weil wir können jetzt immerhin zum Beispiel jetzt auf die bundesrepublikanischen Grünen, können wir sagen, ja wie kann es angehen, wenn jetzt eine EU-Grüne das veranstaltet und das wird ja auch abgesignet und einer von den Grünen, da spricht dann auch noch dabei, hat dann zwar mehr so Richtung Klima und so dann da erzählt, um das ein bisschen vielleicht sogar in geordnete Bahnen zu lenken. Aber auf jeden Fall kann man sagen, ihr müsst euch auch damit beschäftigen und nicht so tun, als wenn das alles Verschwörungstheorie oder Blödsinn wäre. Also das ist jetzt so ein Hebel, wo wir ein bisschen dran schubsen können vielleicht. Und ja, auch sonst im Allgemeinen. Du hast ja immer eine Menge Notizen dabei, wahrscheinlich gibt es viel zu erzählen. Ja, ich wollte noch ein bisschen was vielleicht erwähnen. Also hier diese Josefina Frehl von Skyguards, also die hat wirklich sehr, sehr viel Arbeit sich gemacht. Was ist denn Skyguards eigentlich? Skyguards ist im Prinzip eine lockere Vereinigung, um die Leute zusammenzuführen, die gegen diese ungeheuerlichen Wettermanipulationssachen sind, um die international zusammenzuführen. Also so eine Art Forum und darunter unter dem Label ist es dann eben auch gelaufen. Ja, was soll man sagen? Was noch dazu kam, ist, also vielleicht nochmal als wichtigen Punkt, das hat jetzt direkt mit der Konferenz nichts zu tun, aber aus Italien. Fabio Mini hat ja neulich in einer Konferenz 2012 auch was zu Chemtrails gesagt. Und der war ja immer ein NATO-General, also auch schon im Jugoslawien-Krieg hat er da irgendwelche, ich weiß nicht, ob er da schon General war. Aber er ist jedenfalls ein italienischer General, der schon 2008 gesagt hat, also nicht alle Erdbeben und Tsunamis und so sind normal, sondern sind menschgemacht. Die Technik besteht und hat es auch beschrieben und jetzt hat er vom Podium herunter das auch gesagt, ich habe das übrigens auch, zumindest diese schriftliche Übersetzung schon drauf bei mir auf der Seite, dass eben diese Streifen am Himmel keine normalen sind und das sind keine Kondensstreifen, die sind unnatürlichen Ursprungs. Insofern hat jetzt auch ein General sowas gesagt und das dürfte jetzt schon schwer sein für Leute, die jetzt immer sagen, ja, wir sind die ewig Spinnerten. Also der gute Mann muss ja wissen, was er da sagt, weil er hat auch eine gewisse Verantwortung. Ja, das war also auch nochmal so in letzter Zeit so ein ganz positiver Punkt. Es gibt ja einige Videos auch im Netz, ich glaube, es gibt auch eine Frau, die war beim Militär und hat gearbeitet, also auf dem Flug, oder hat dauernd gesehen, die Sachen, die da weggeflogen werden und die Tanker und so weiter oder die Tankwagen und hat dann gesagt, Donnerwetter, das ist ja im Grunde das, was diese ganzen Cat-Trail-Fuzzis sagen und hier habe ich es genau vor Augen und sie hat darüber also eine Rede gehalten auf einem Festival, glaube ich, war das. Also man kann einiges im Internet finden, an Aussagen von Insidern, was wir ja lange gewartet haben, dass es diese Leute gibt, die das sagen, müssen noch mehr werden. Wir haben ja das Interview hier mit Cara St. Louis über ihr Buch Sonnenliebe auf Bewusst.TV gehabt und es kommt immer mehr raus. Ja, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wo du anfangen sollst zu erzählen oder was du noch alles hast auf deinem Zettel. Ja, also dieser Giulietto Chiesa, das war ja derjenige, der diesen 9-11-Film da eben gebracht hat und es ist schon toll, dass es solche Leute gibt, die dann auch die Nase raushalten, weil sie wissen ja ganz genau, die werden da keine Lorbeeren für ernten, sondern nur Schwierigkeiten. Also da auch nochmal ein Lob, dass überhaupt Leute zu finden waren in der EU, die das gewagt haben, weil die können garantiert Prügel einstecken anschließend. Ja, natürlich. Das ist schon eine gute Sache. Ja, es war mal wieder ein, ich sag mal, ein Nasebrick in the Wall, den man da vielleicht rausziehen kann. Das war also eine Veranstaltung und es war aber nicht so gut besucht oder wie habe ich das jetzt rausgenommen? Also es war ja sowieso nur intern eingeladen, also nicht für das publikum, sondern für die EU-Parlamentarier. Ja, und da kam halt dann eben nur eine Handvoll, das ist eben dann so, weil die meisten eben wegducken. Ich meine, das lag garantiert nicht daran, dass da keine Zeit war, aber das ist eben, wie der schon sagte, der Giulietto Chiesa, es ist ein gefährliches Thema. Also auch die Parlamentarier, die da hingehen, die müssten sich nachher dazu im Grunde äußern und dann kommen sie... Unter Umständen werden sie in der Fraktion gefragt, wieso bist du da auch hingegangen? Ja. Und auch diejenigen von den Grünen. Ich meine, man sieht ja, in Deutschland passiert ja überhaupt nichts. Ich renne denen ja die Bude ständig ein. Ich habe also ja auch Trittin das Zeug schon vor, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so präsentiert. Und auch unserer lieben EU-Abgeordneten Rebecca Harms, die uns auch nicht zugegen war. Das muss man einfach mal ganz offen sagen. Fragt ruhig mal die Leute, wenn Wahlen sind, wieso wird da weggedugt bei solchen Themen? Ich meine, das ist jetzt so oft präsentiert worden, haben die Angst, was ist los? Ich meine, ängstliche Leute können wir nicht wählen. Ja, was heißt ängstlich? Dann ist wirklich die Frage, welche Interessen stecken dahinter? Wir haben es in den anderen Sendungen ja schon aufgezeigt, dass auch diese Anti-Atomkraft-Sachen, dieser Film von Holger Strom sehr boykottiert wurde und sowohl Greenpeace als auch die Grünen, die ja, was wäre ja eigentlich deren Thema, offenbar dann sogar zurückpfeifen und sagen, hier, das wird nicht mal publik gemacht und er geht da nicht hin. Das heißt, da müssen ja Interessengruppen irgendwelchen Druck machen. Ja, ganz klar. Ich meine, es wäre ja sogar, das Paradoxe ist ja, es wäre ja ein Thema, sich zu profilieren ohne Ende für Umweltschutzgruppen und aber auch für politische Bewegungen, könnten ja jede Menge Widerstimmen kriegen aus der Bevölkerung, die das eben nicht gut finden. Und da muss also gewaltig gedrückt werden, anders ist das nicht vorzustellen. Und ich meine, bei bestimmten politischen Gruppierungen ist es eben so, dann wird teilweise schon mit Koalitionen Hintergrund gespielt und dann sagt man schon, gut, wenn wir das Thema jetzt anfassen, das macht jetzt der Koalitionspartner nicht mit, also sagen wir lieber gleich ruhig. Es ist ja jetzt gerade bei den Wahlen, dass die Grünen sich offen bekannt zur Koalition mit der SPD bekannt haben, also ganz klar ausgesprochen haben. Das heißt, es wird vorher schon eigentlich festgelegt und wahrscheinlich dann auch schon gesagt, also das Thema muss raus. Es ist sehr weichgespült, also ich sage mal so, ich meine, ich will ja nicht den Grünen schaden, aber es ist so, man muss das einfach ansprechen, was Wahrheit ist Wahrheit. Und ich sage mal, die grüne Basis sollte vielleicht auch ein bisschen Druck ausüben, um zu sagen, bitteschön, hier, mein zu wählender Mensch, der ins Parlament soll, setz dich ein dafür. Oder warum tust du es nicht? Also Druck, wenn kein Druck von unten kommt, wird auch nicht viel passieren. Aber das geht genauso an die anderen Parteien, oder beziehungsweise der Leute, die Lust haben, noch eine dieser Parteien da zu wählen, was ja eben zeitweise immer auch fragwürdiger wird, weil ja sowieso fast gar kein Einfluss mehr da ist. 85 Prozent bestimmt eh die EU. Aber da muss einfach, die Leute müssen mit dem Hintern hochkommen. Das ist so. Ja, die Protestkultur, die bleibt da auf der Strecke. Also eigentlich, man sieht, dass sehr vieles eingekauft wird, also auch gerade wahrscheinlich die ganzen Bewegungen. Die kriegen Geld, schätze ich mal von irgendjemandem, der das Geld hat, und dann aber gesagt, pass mal auf, das Thema nicht. Oder wie funktioniert das? Also es funktioniert nicht nur über das Geld, sondern es ist ganz einfach so. Also verdächtig ist für mich immer, wenn es eine neue Partei gibt und sie sofort überall im Fernsehen in den Talkshows erscheinen. Da kannst du schon von ausgehen, dass es eine konforme Partei ist, höchstwahrscheinlich, sonst würden die gar nicht erst eingeladen. Das ist ja schon. Und da brauchen die denen gar kein Geld geben. Das ist so viel Geld wert an Werbepower. Und das sieht man ja auch eben jetzt mit Holger Stroms Film. Mit Holger Stroms Film. Mit Holger Stroms Film. Das sind ja zigtausende wert. Jede Sendeminute ist ja Geld wert. Das kannst du gar nicht so viel zetteln, kannst du gar nicht verteilen. Und deswegen werden manche eben hochgepowert. Und die anderen werden immer schön runtergedukt oder sogar diffamiert. Und dann funktioniert es. Dann weiß man auch oftmals, woher der Wind weht, wenn jemand, also eine kleine Partei sofort in den Medien erwähnt wird, wie jetzt Alternative für Deutschland. Man muss zumindest kritisch hingucken, auf wer sind die Leute, die Geldgeber, wer taucht da auf, wer poppt da plötzlich hoch. Es ist immer sehr gefährlich. Ich will auch keinem was unterstellen, aber der Wähler oder überhaupt der Bürger muss das einfach ganz, ganz streng beobachten. Und im Ernstfall sagen, nee, also wenn ich keinen finde, der mir vertrauenswürdig erscheint, dann lass es sein mit der Wählerei. Weil wir legitimieren ja diese, ich sag mal, Bagage, mit uns umzuspringen nach Gussow. Mit Interessen der Großindustrie und, und, und. Und der Geldsäcke, sag ich mal. Ich meine, wir sehen es ja, was jetzt im Geldgeschäft da passiert und die Enteignungsgeschichten, die jetzt geplant sind, was viele noch gar nicht wahrhaben wollen. Ja, eigentlich ist es offensichtlich, dass es in Zypern erst der kleine Versuchsballon war. Kleine Übung, ja. Und jetzt wird man dann auch natürlich woanders. Das wird zur Tat schreiten, ganz klar. Und bei uns ist ja noch was zu holen. Ich meine, den Zensus haben die nicht umsonst gemacht. Also auch die Leute, die Eigenheim haben, die werden sich wahrscheinlich noch umgucken, dass sie auf einmal dann abledern müssen, obwohl sie denken, sie haben Eigenheim. Und gerade die, die ein vernünftiges Leben geführt haben, schuldenfrei sind und, 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 gespart haben, da wird das Maximale drauf geklopft werden. Wer eh verschuldet ist über beide Ohren, da können sie nichts mehr holen. Ja, weil sie wollen alle in diese Lage bringen. Das heißt, das ist im Grunde so ein elitäres Ding, wo es die Superreichen gibt und die Superarmen. Und ob da irgendjemand glücklich ist, wahrscheinlich auch die Reichen nicht, aber die sind da halt skrupellos. Aber das ist gar nicht so sehr das Thema. Lass mich noch mal vielleicht auf die Phänomene von Wettermanipulation, HAB und so weiter zu sprechen kommen. Man kann es ja am Himmel manchmal sehen. Es gibt auch so Wolken, die haben dann so eine Wellenform, also wie so eine, die man sich natürlich eigentlich gar nicht herstellen kann, vorstellen kann, als wenn das so eine Resonanz auf eine bestimmte Frequenz ist. Ist das ein Himmel? Richtig. Also es sind ja quasi die Wellen, die wir heute am Himmel erleben, die wir in der drastischen Abfolge noch nie erlebt haben. Sieht ja aus im Prinzip, als wenn man am Strand das Wellenbild sich abzeichnet hat am Sand. Und solche Phänomene tauchen nur auf, wenn man Berge hat, wo sich also die Wellen dran brechen können. Dann kann es zu solchen Bewegungen tatsächlich kommen. Und so wird das ja auch mal versucht wegzuargumentieren, dass man sagt, ja, ja, das sind dann, kommen durch solche Phänomene. Interferenzen. Ja, wenn aber bei uns jetzt bei Oldenburg, wo wir kein Gebirgewein und Reit haben, ich stelle so ein Video mal drauf, da war der ganze Himmel wirklich rundum, also voll mit diesen sogenannten Haarbilden. Und man sieht es ja noch besser, wenn man also jetzt Radaraufnahmen hat von oben und so weiter. Die dann auch festgenagelt sind, das ist ja das Ding. Ich habe auch Videos drauf, wo man richtig sieht, der Wind weht, das heißt die Wolken ziehen, aber diese Schicht da oben steht, wie festgemauert. Also diese Feuchtigkeit wird da festgenagelt. Und das funktioniert nur elektronisch. Mit einer stehenden Welle, indem man das quasi wirklich festknallt. Weil es gibt da oben keiner, der da mit Händen die Wolken festhält. Und da gibt es gute Videos auch zu, wo jeder Laie auch zumindest sehen muss, das sieht höchst verdächtig aus, wie kann das angehen. Es weht Wind und die Wolken bleiben stehen. Was wäre denn für dich oder die Erklärung, warum wird das gemacht? Also HAB kann man natürlich sagen, bestimmte Frequenzen kann man alles Mögliche mitmachen. Es kommt auf die Frequenz an, auch auf die Richtung und die Energie, die reingesteckt wird. Kannst du ein bisschen was erzählen, was kann man mit HAB alles machen? Und es gibt ja nicht nur die HAB-Anlagen in Alaska, es gibt ja weltweit. Also mindestens zwölf Anlagen gibt es jetzt auf der Welt, größere und kleinere, auch in verschiedenen Staaten. Wie gesagt, andere Staaten schreiben ja ganz offen. Also India Dili schreibt schon seit Jahren da ganz offen drüber. Auch, dass sie sagen, sie müssen Satelliten hochschießen, um zu gucken, was über ihrem Land passiert. Und Änderungen, um dagegenhalten zu können, die sagen, das ist ja ganz offen. Es findet im Prinzip ein Wetterkrieg schon statt, Land gegen Land. Ahmadinejad hat es gesagt zweimal schon, dass Europa hier quasi abregnen lässt, damit die austrocknen. Austrocknen und all solche Geschichten. Es sind ja eminente Vorwürfe auch da, will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ja, was kann man damit machen? Eine ganze Menge. Ich meine, was zugegeben wird durch HAB, das ist ja Erd-Tomografie, also reinzugucken in die Erde, in tiefe Schichten, um jetzt Bunker festzustellen, Ölvorkommen, Gasvorkommen, alles mögliche festzustellen. Also militärisch zu nutzen, ja. Das ist so, was sie militärisch zugeben, dann U-Boot-Kommunikation, dreidimensionale Gefechtsfeldbeobachtung. Kommen da auch die Chemtrails ins Spiel, dass natürlich dann dieses Überkopfradar sozusagen auch sich an den Chemtrails sozusagen reflektiert? Genau. Bei einigen dieser Dinge kommt das vor. Steht übrigens auch in ihren Studien 2025, da gibt es ja mehrere, nicht nur Unigensiegeweißer, sondern da gibt es auch so Nachfolgestudien, auch so eine Air Force-Studie 2020. Da stehen verschiedene Sachen drin mit Abbildungsbar. Also wo ein Flugzeug fliegt, schmeißt hinten Stäube raus, also Metallstäube, dann gehen die mit einer Radarstrahlung da rein, also das Reflexionsspiegel, was dann wieder runter geht und kann dann größere Flächen überblicken. Also das ist auch zugegeben, also sogenanntes Überkopfradar. Und was dann eben nicht zugegeben wird oder überhaupt gar nicht angetastet wird oder bestenfalls ausweichend dann kommt, wenn die Leute direkt gefragt werden, ja ist eben Erdbebenerzeugung und solche Geschichten. Und gezielte Wettersteuerung, Umlenkung der riesigen Feuchtigkeitsflüsse, die wir da oben haben, also von der Menge und Dimension des Amazonas, was da oben an Dampf fließt. Und wenn ich das jetzt ablenke in bestimmte Gegenden, ja dann kommt das da auch runter oder da kommt es runter. Und so kann ich eben das Großwettergeschehen beeinflussen. Und das hat ja auch der Verteidigungsminister Kohl in 1979 schon gesagt, in einer Antiterrorismuskonferenz, hat das ja benannt, dass es dieses alles gibt. Dass es Leute gibt, verrückte, also verrückte Mainz, meinte er immer, verrückte Geister, die diese Sachen machen. Also ich meine, das ist ja von kompetenter Seite ausgedrückt. Also es wäre jetzt das Militärische und eben nationale Interessen mit Wetter, Wasser, Regen und so weiter. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen. Es gibt die kommerziellen Interessen natürlich nochmal dabei, dass man einfach sagt, Landwirtschaft, Feuchtigkeit runterholen. Aber eben, was ich schon angesprochen habe, mit dem Kriterium, dass man sich mit anderen Ländern anlegt. Es gibt aber auch das Spekulative. Das heißt, an der Börse mit Zertifikaten zu handeln, entweder Erntezertifikate oder sowas. Wenn ich vorher das beeinflussen kann, dass da mal eine Missernte stattfindet. Dann muss das teuer angekauft werden und die Reise. Wenn man das exportieren kann, dann kann ich auf allen möglichen Ebenen eine Menge Geld machen durch Spekulationen. Und das wurde auch in meinen Filmen, also ich habe Michael Murphy mit angesprochen, diese Sachen. Also es ist eine ganze Palette. Kann man denn da jetzt sagen, da müssen wir noch sagen, es sind bestimmte Länder, die das betreiben, hat jetzt, wenn Alaska, sagen wir mal, die USA, die Russen haben sowas, gibt es jetzt, dass man sagen kann, es gibt verschiedene Länder, die haben so eine Anlage und die spielen jetzt gegeneinander sich aus? Oder gibt es da auch ein übergeordnetes gemeinsames Interesse? Ja, das ist eben so die Sache. Also dazu habe ich keine stichhaltigen Unterlagen, dass ich jetzt behaupten könnte, dass da wirklich eine weltweite Zusammenarbeit stattfindet. Ich meine, es findet mindestens eine Zusammenarbeit im NATO-Bereich statt. Das kann man sagen. Ob das jetzt übergeordnet ist mit anderen Staaten noch, also klar, assoziierte Staaten gibt es. Also wie zum Beispiel in der Schweiz war es so, ist es nicht durchs Parlament gegangen, da wurde ein bilaterales Abkommen einfach gemacht. Kann man es nachweisen? Also Gabriel Stetter habe ich die Aussage gefunden, ich denke, da hat die Unterlagen dazu. Also das kann man auch irgendwo nachlesen. Aber es wird eben nicht breit getreten und das zu dem Abkommen von Staat zu Staat, sag mal, im gegenseitigen Einverständnis haben wir jetzt das erleichtert. Und dann fliegen die da eben rum und das ist dann eben eine Erleichterung. Und das findet bereits statt, sowas, diese Kooperationen. Und ich meine, der große Deckel ist ja eh über den militärischen Bereich drüber. Das ist ja nun eh klar. Das ist ja klar, weil man sich überlegt, dass das natürlich eben auch Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Menschen hat, wenn da Aluminium, Barium und so weiter. Was kann man denn da drüber sagen? Wie wirkt sich das denn gesundheitlich aus und auf die Natur? Ja, naturmäßig, wenn wir damit anfangen, ist es ja so, dass zumindest auch Teile des Baumes oder überhaupt des Pflanzensterbens auch damit zusammenhängen. Ich meine, es war ja so, also Aluminium haben wir ja am Boden eine Menge. Ich meine, ein Teil davon wurde ja schon mobilisiert, damals saurer Regen. Durch den sauren Regen wird das Aluminium erst pflanzengängig. Solange das also in relativ großen Partikeln da drin ist, ist das nicht schlimm. Wenn das also in einen Nanobereich kommt, kann es durch die Wurzeln aufgesaugt werden. Bei den Bäumen ist es teilweise so, dass dann ja auch nicht nur dadurch, aber auch durch den sauren Regen, aber auch in Verbindung eben mit anderen Mineralien, die dann schädlich anfangen zu wirken, eben die Pilze, die in Symbiose zum Beispiel mit den Baumwurzeln arbeiten, dann geschädigt wurden und darüber dann letztendlich die Bäume absterben, an den feinen Haarwurzeln und so. Das sind ja viele symbiotische Zustände, die da sind. Und ja, das ganze Tierleben natürlich, also jeder, der es einschnüffelt, das Zeug ist nicht gesund. Also sämtliche Augenreizkrankheiten, Schleimhäute und, und, und. Die nehmen ja auch zu, Papiere. Lungen, ganz gewaltig. Also da gibt es ja sogar, ich glaube in England gibt es ja eine Studie dazu, also wie stark also gerade diese Respiratory-Geschichten, also die ganzen Lungenkrankheiten am Ansteigen sind. Die eigentlich zurückgehen müssten, weil Kfz-Filter und was weiß ich, das ist ja eben ein bisschen zurückgegangen. Teilweise Industrie-Emissionen sind teilweise zurückgegangen. Müsste mindestens sich stabilisieren, aber geht steil aufwärts, also wo soll es herkommen? Und wir messen ja auch das Zeug im Regenwasser, im frei aufgefangenen. Und ich meine, das muss ja nochmal irgendwo herkommen. Und kann es noch eine geistige Komponente oder Bewusstseinssache sein? Was hat denn, ich glaube Aluminium und Barium kann man auch gucken, was das auf homöopathischer Ebene sozusagen für Informations-, also für eine Auswirkung auf die Information hat? Das hat viel mit dem Willen der Menschen auch zu tun. Also ich denke, es läuft ja, ich meine, also A läuft ja eine Menge schon über unnötige Versäuchung der Nahrung. Also nicht, wenn man jetzt Aspartam sieht, wenn man die Fluoridierung sieht, Fluoridierung von Wasser in 30 Ländern und diese ganzen Sachen sind ja absichtliche Dummmachungen der Leute. Da kann einem keiner erzählen, dass das positive Wirkung hat. Und klar, was jetzt darunter kommt, hat zum Teil technische Aspekte, was sie eben brauchen fürs Militär, um bestimmte Dinge besser machen zu können. Aber zumindest der Verdacht muss da sein, bei bestimmten Stoffen, die jetzt, sagen wir mal, gar keine reflektorische Wirkung haben. Sagen wir mal bakteriologische Sachen, die dann auch gefunden werden. Oder Teile, die dazu benutzt werden, genmäßig was auseinanderzuschnippeln. Das hat keine logische Erklärung eigentlich. Und in den Laboren werden ja auch dauernd wieder neue Grippeviren gezüchtet. Ich meine, man kann sich ja fragen, es gibt ja die Agenda, wir haben zu viele Menschen auf der Erde, wird behauptet, die zu dezimieren. Und ich denke, man läuft ein Multiprogramm ab. Es läuft ein Krankmachen des Programms ab, was zum Teil vielleicht nicht gewollt ist, zum Teil aber vielleicht sogar beabsichtigt oder zum Teil eine Unterwirkung hat, die aber durchaus toleriert wird. Und man kann ja mit der einen Sache, die man macht, unter Umständen das andere auch wieder weg erklären. Dass man sagt, ja gut, das eine machen wir, um euch zu schützen, UV-Strahlung, das hat leider die Nebenwirkung, das. Könnte man vielleicht auch anders regeln. Das ist sehr schwer beweisbar. Du hast jetzt schon gesagt, es wird immer mehr so, also Chemtrails eigentlich zu normalisieren, dass es jetzt auch irgendwann erwähnt wird, aber unter dem Begriff Geoengineering oder Geoengineering. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es irgendwann Mainstream-Wissen sein wird, dass es gemacht wird. Es fließen Schulbücher ein und und und. Also Umzeichnungen von Kindern. Auch Werbeplakaten haben das schon erwähnt. Aber lass uns vielleicht, wir müssen irgendwie einen Abschluss finden und ich versuche natürlich immer auch noch einen positiven Abschluss, weil du hast ja zu Anfang gesagt, es gibt Leute, die sagen, lass mich damit in Ruhe, weil das würde mir so viel Angst machen, dass ich gar nicht wüsste, wie ich das handeln kann. Wie gehst du damit um und hast du Tipps, wie jetzt der Einzelne, der sagt, Mensch, ich sehe die Streifen am Himmel, kann ich ja jetzt nicht konkret was machen für das eigene Leben, irgendwie gesund ernähren oder so oder was empfiehlst du? Ja, doch, kann man schon. Also ich meine, das Wichtigste ist ja, ich muss es wissen, ich meine, jede Gefahr, die ich nicht kenne, stolper ich blind rein. Ich meine, da kann man ja mindestens, ich sage mal, wenn es jetzt regnet, wenn es längere Tage Kämndriss am Himmel gegeben hat, also ist ja fast ununterbrochen schon und man hat gerade den ersten Regen, dann haben wir den Wash-Out-Effekt. Das heißt, dann kommt eine Menge von dem Zeug runter. Also generell, ich habe mir angewöhnt, also wenn es irgendwie geht, irgendeine Kappe aufzusetzen, dass zumindest man nicht das Zeug an den Haarwurzeln hat, weil es ist ja bekannt, dass Nanomaterialien über die Haarfolikel eindringen und bumms hast du das Zeug in den Blutkreislauf. Also selbst der Regen wäre jetzt für dich etwas, was man, also der erste Regen sozusagen. Ja, generell eigentlich Regen. Man müsste aufpassen, alles was runterfällt, ich meine im Grunde auch das, was und so an Staub auf den Kopf fällt. Also eine Kopfüberdeckung ist nicht verkehrt, das muss jetzt nicht gleich ein Helm sein. Aber so, das wäre also eine präventive, leichte Maßnahme. Ich meine, mit einer Gasmaske manchmal nicht rumrennen, mache ich auch nicht. Ich meine, da wird es, irgendwann hört es dann auf, der Spaß. Aber man kann in den Innenräumen schon aufpassen, dass man zusieht, dass man, habe ich mehrfach erwähnt, also mit diesen, mit den Ionisationsgeräten zusehen kann, dass das eben schneller wieder rausfällt aus der Luft. Und Filteranlagen gibt es, im Auto ein Filter einbauen auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, Leute, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Darüber habe ich mir mal einen ziemlichen trockenen Husten eingehandelt, der sehr lange anhielt. Gibt es denn da spezielle Filter zu jedem Auto oder? Also im Grunde kann man Feinstfilter nehmen, also heute gibt es ja sehr gute HEPA-Filter schon, also auch selbst Staubsaugerfilter, die diesen richtigen Feinstfilter haben da, der ist schon sehr gut, wenn man den da so vor die Ansaugöffnung packt. Weil die älteren Autos haben ja gar nichts drin. Ich habe auch so ein altes Ding, da ist gar nichts vor, so ein Ding da vorpacken. Wenn man es noch besser machen will, dann als erstes mal so einen schwarzen Filter da noch reinpacken von der Nussabzugshaube. Diese schwarzen Dinger, die kosten auch nicht viel Geld, die sind ja beschichtet mit Aktivkohle. Die würden auch Teile, also man kriegt nicht alles weg, aber die würden auch Teile von bachyologischen Sachen zumindest abfragen. Sind dann moderne Autos mit besseren Filtern ausgestattet? Ja, ganz moderne Autos haben in der Regel sowas. Aber es schadet nicht zu fragen, wie ist die Porengröße der Filter im Auto und wie oft muss sie ausgewechselt werden und und und. Aber ich sage mal, wenn einer so ein altes Ding hat, das wäre das Wichtigste oder überhaupt erst mal das vorzupacken, das wäre eine wichtige Maßnahme. Ganz wichtig ist natürlich vernünftige Ernährung, vernünftiges Wasser, vernünftiges Salz, vernünftige Gedanken, auch die innere Sauberkeit. Und dann ist man schon ganz gut gefeilt. Ich meine, das klingt jetzt so, als wenn man dann unangreifbar ist, aber das ist ja so. Wir programmieren ja durch unsere Aura, wenn die heile ist, werden ständig unsere Zellen neu programmiert und wachsen auch entsprechend. Wer eine kaputte Aura hat, ja gut, dann wächst das auch nicht gesund. Das ist ja bekannt eigentlich oder vielleicht ist es nicht bei allen bekannt. Das ist eminent wichtig und dann übersteht man manches. Ich meine, ich habe ja auch dauernd auf dem Dach gesessen, da mit meinen Solarmodulinstallationen, ich lebe auch noch. Also ich glaube, so viel hat sich kaum einer draußen aufgehalten. Aber wie gesagt, einmal habe ich mir richtig die Kistin da eingehandelt und das ging auch nicht weg. Drei, vier Jahre lang. Gut, jetzt bin ich da los von. Ist das eine Longsache auch? Ja, ja, also einen trockenen Husten. Dauernd trockenen Husten. Also ich war richtig wütend auf mich schon, weil ich kenne das gar nicht von mir. Ich bin sonst eigentlich immer knacke gesund und habe vielleicht einmal im Jahr meine Auffrischungsgrippe, sag ich mal. Das war es. Also man kann schon was tun. Es gibt auch eine Menge Tipps im Internet. Also es gibt auch gute Seiten, wo da eine Menge an Ausleitungen möglich ist. Aber beim Ausleiten immer wieder vorher sich informieren. Also hier klinghart, sich mal einen Vortrag angucken. Zeolit so ein Thema für dich? Also dieses Vortangestein, was so ein bisschen Sachen ausleiten kann? Ja, zum Beispiel. Zeolit, Bentonit kann man sich mal einen Löffel reintun am Tag. Was immerhin dann die Sachen, die man schon drin hat, was man ja nicht verhalten kann, zum Teil wieder ausschwemmt. Also quasi mitnimmt, wie ein kleiner LKW nimmt die Stoffe mit. Das ist auch nicht schädlich. Nicht mit anderen Sachen muss man teilweise aufpassen. Also jetzt nicht einfach Sachen reinkippen, was manchmal schon empfohlen wurde. Also jetzt da kolonial ist Silber und so und jeden Tag. Also um Gottes Willen nur gezielt solche Sachen und beraten lassen beim guten alternativen Arzt. Mindestens nicht im Internet mal was durchlesen. Weil um Gottes Willen nicht einfach anfangen auszuleiten, zu mobilisieren die Stoffe. Das gilt aber genauso jetzt hier für Amalgam und so. Dann wandert es eine Hierarchie höher, weil der Körper ist ja clever und speichert das erstmal im Bindegewebe oder irgendwo zwischen, wo es weniger schadet. Wenn ich es mobilisiere, dann habe ich es im Gehirn, das ist es am schädlichsten. Da muss man einiges beachten. Nicht so ein einfaches Thema. Ja, ich würde versuchen, hier gerne noch irgendwie einen positiven Abschluss zu finden. Du hast ein paar Hinweise gegeben. Es ist nicht einfach. Also wir sagen auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das kann man in dieser Zeit nicht sagen. Aber es ist wichtig, eben die Sachen bewusst zu machen, was da läuft, sich davor zu schützen. Es gibt eben, es ist nicht einfacher. Man kann ein paar Sachen machen, gesundheitlich, Bewegung und gesunde Ernährung und besonderes Wasser. Also gutes Wasser filtern auch und aufbereiten. Aber auch vernünftiges Tiefenwasser kaufen. Also nützt nichts. Also mal anstatt einer Cola oder zwei Colas eine vernünftige Flasche Leonhara kaufen oder so. Was wirklich vernünftiges, informiertes Wasser ist, was unsere Zellen ja quasi informiert wieder in die richtige Richtung. Das ist eminent wichtig, sowas. Aber auch, ich sag mal so, auch mental. Also wir sind, unsere Nachbarn wundern sich immer, was habt ihr da viel zu lachen? Obwohl die wissen, dass wir da diese Themen drauf haben. Also die Freude am Leben nicht verlieren. Ich sag mal, mindestens einmal am Tag lachen. Ich meine, und wenn man es nicht anders hinkriegt, dann sollte man sich mal einen witzigen Filmclip angucken. Das ist ganz wichtig, dass man locker bleibt. Dass man sagt, der Mensch ist widerstandsfähiger als unsere Gegner denken, wollen wir so sagen. Das ist ja eigentlich ein schönes Beispiel, weil Reduzierung der Menschheit um ganz zwei Drittel oder was noch mehr. Das ist ja seit Jahrzehnten eigentlich Programm. Und trotzdem gibt es sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Und wir leben noch. Und das ist eigentlich die schöne Botschaft. Das heißt, wir können eine ganze Menge aushalten. Und wenn man eben auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sich die Dinge immer bewusst macht. Und immer wieder guckt, wir sind ja eigentlich geistige Wesen, die hier in dieser Welt inkarniert sind. Und der Geist ist immer stärker als das, was die versuchen, uns auf der physischen Ebene, uns da reinzuwürgen. Und ich würde auch immer sagen, also ich selbst habe ja fünf Kinder, junge Paare, die jetzt, ich kenne das damals wie Tschernobyl in den Luftflug. Da haben sie gesagt, um Gottes Willen keine Kinder mehr. In diese Welt kann man keine Kinder setzen. Absolut falsch. Leute, man kann in diese Welt Kinder setzen. Uns geht es immer noch ziemlich prächtig, wenn man mal, also nur mal hinguckt in die Kriegsgebiete, die da sind. Allein deswegen kann man schon mal glücklich schätzen, solange wir hier ruhige Verhältnisse haben. Und wer quasi sagt, auch wenn die ganze Menschheit jetzt sagen würde, oder gerade hier wir in westlichen Ländern, wo wir fast am Aussterben sind, jetzt keine Kinder mehr. Ich meine, das ist Todesurteil per se. Und ich meine, wir sind vitaler, wie wir denken. Und wenn wir da ein bisschen was tun mit vernünftiger Ernährung und so weiter und klaren Gedanken, werden wir eine ganze Menge überleben, Leute. Also das kann ich nur sagen. Wichtig ist natürlich auch Natur so ein bisschen, also wenn man so ein bisschen Garten hat und dann die Sonne scheint. Also ich genieße das einfach auch, die Verbindung mit der Natur. Und eigentlich, du sagst das, es geht uns den Umständen entsprechend eigentlich sehr gut. Oder es kann uns gut gehen, aber es hat eben viel damit zu tun, lassen wir uns runterziehen, auch von diesen ganzen Themen. Das ist ja immer die Gefahr. Deswegen versuche ich eben diesen Abschluss zu finden mit diesen Themen, dass man trotzdem sagt, es gibt etwas, was ist da drüber. Das ist hier in unserem Herzen. Das können Sie nicht manipulieren. Sie können uns eben nur auf der materiellen Ebene oder auf der Schwingungsebene auf niederen Schwingungen kriegen. Aber das, was wir hier haben, ist Stärke. Das ist es. Und ich meine, das positive Bild, was wir vor uns tragen und fest daran glauben, steht schon in der Bibel. Also ich weiß aus meinem Leben, das funktioniert auch. Wir materialisieren ja. Und wenn wir positive Gedanken haben, materialisieren wir halt etwas Positives. Und wir dürfen uns absolut nicht anstecken lassen von diesen absichtlich negativen Meldungen, die auf uns einströmen, die auch teilweise nicht stimmen. Die, die also einfach nur Ängsten hassen, die haben es in den USA tatsächlich fertiggebracht, jungen Mädchen einzureden wegen Klimakatastrophe. Das Beste, was man für Mutter Erde tun könnte, sich also schon als 16, 17-Jährige strategisieren zu lassen. Das haben welche gemacht. Das muss man sich mal vorstellen, wie man Kinder traumatisiert. Oder wie 2012, weiß man auch, die Schüler haben gesagt, ich mache gar nichts mehr. 2012 geht die Welt runter. Ja, genau. Also du, lassen wir uns, man kann viel drüber reden. Wir machen ja viele Sendungen hier auch gerade über diese Bewusstseins-Themen. Aber es ist schön, dass du das nochmal auch so klar gemacht hast. Die Welt geht nicht unter, obwohl die alles mögliche versuchen, um es zu vergiften. Und es wird viel Schaden angerichtet. Aber ich bin trotzdem, ich und du wahrscheinlich auch, trotzdem vorsichtig optimistisch, dass wir Menschen auch das überwinden können, indem wir es einfach uns bewusst machen, was da läuft. Und irgendwann ist es so, es gibt Krieg und keiner geht mehr hin. Und auch diese Dinge, auch da werden irgendwann die Piloten hoffentlich anfangen zu überlegen, Mensch, was mache ich da eigentlich mit? Und die Politiker sollten irgendwann, na, auf die darf man vielleicht nicht zählen, aber vielleicht wandelt sich da auch was. Ja. Also Werner Altnickel, ich danke dir, dass du diese Arbeit machst. Es ist eine ganz wichtige Arbeit, das aufzuklären, aber eben auch zum Abschluss eben nicht die Hoffnung verlierst und an das Gute glaubst. Das Leben macht Spaß, ganz klar. Ja. Ja. Danke sehr. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020